Hi zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um OpenOffice Fußnote. Ich zeige euch, wie ihr eine Fußnote einfach anfügen könnt, entfernen könnt und auch ein bisschen formatieren könnt. Also wir legen sofort los, indem wir erstmal die Stelle markieren, wo wir unsere Fußnote anfügen wollen. Und dann gehen wir auf anfügen und dann Fußnote. Und sofort haben sie die Möglichkeit, entweder automatisch, dann zeige ich euch, wie es geht, automatisch. Und dann drücken sie auf OK und sofort wird es einfach hier unten automatisch einfach angefügt. Und hier oben haben sie auch eine Automatik angefügt. Jetzt wollen wir löschen und die zweite Möglichkeit zeigen. Und zwar wir entfernen, indem wir auf bearbeiten gehen und Fußnote einfach übergängig machen. Und jetzt die zweite Möglichkeit besteht darin, dass wir einfach auf Fuß anfügen gehen und jetzt Fußnote einfach gehen. Und sofort wollen wir jetzt ein Zeichen einfach so machen und dann drücken wir hier hin. Und dann können wir ein Zeichen hier drinnen einfach aussuchen, was uns so gefällt. Und wenn wir gefunden haben, zum Beispiel dieses Zeichen hier können wir nehmen. Und wenn wir gefunden haben, dann haben wir die Möglichkeit auch die Schrift einfach hier zu ändern, wie wir einfach haben wollten. Und wir haben auch die Möglichkeit hier auf OK zu drücken. Und sofort wird einfach so angefügt. Hier unten merken sie, wie es schon angefügt ist. Und hier oben sehen sie auch, es ist auch ein Zeichen, ist einfach auch da angefügt worden. Und wenn sie entfernen wollen, dann sollten sie einfach hier auf bearbeiten gehen und rückgängig machen. Sofort wird es einfach weg. Und ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben. Jetzt ist es einfach ein Zeichen runter und Sack.